Hallo, willkommen auf dem YouTube-Kanal Megastronomie. Ich bin Astroino und in diesem Video geht es um den Sternenhimmel im September 2023. Wir haben Herbstanfang am 23. September. Die Nächte werden spürbar länger, die Dunkelheit kommt früher. Das ist besser zum Beobachten. Ich gehe auf die Astronomiebörse in Kreuznach ein und auch auf den Kometen C2023P1 Nishimura. Zudem geht es um die Planeten und natürlich auch um den Sternenhimmel mit den schönsten Objekten, die ich teilweise auch selbst fotografiert habe mit dem Dwarf 2, mit dem kleinen Smart Teleskop. Ich wünsche euch viel Freude beim Einschauen. Wenn euch das Video gefällt, liked es. Ich freue mich sehr über einen Kommentar. Und am meisten, das wisst ihr ja, freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich bin mittlerweile über 900 Abonnenten. Die Tausendergrenze ist in Sichtweite. Doch nun viel Spaß beim Einschauen vom Sternenhimmel im September 2023. Diesmal möchte ich anfangen mit einer Information zur Astronomiebörse in Kreuznach. Die Astronomiebörse findet dort zum zweiten Mal statt. Letztes Jahr war ich auch schon dort. Auf einer Astronomiebörse, da finden Sternenfreunde, Gebrauchte und neue Teleskope, Literatur. Man findet Gleichgesinnte. Es gibt Vorträge. Also ein ganz tolles Event, wo man mal wirklich mit Leuten zusammenkommt, die das gleiche Hobby haben. Informationen zu der Astronomiebörse findet ihr auch noch unter deren Webseite www.astro-börse-kreuznach.de. Die Messe findet statt am 30. September von 10 bis 18 Uhr. Schauen wir uns mal an, wer denn diese Astronomiebörse durchführt. Hier sieht man auch das Motto von Amateurastronomen für Amateure. Es sind also auch begeisterte Astrofotografen und Amateurastronomen, die das Ganze organisieren. Hier sieht man ein Bild. Einige von ihnen durfte ich letztes Jahr auch persönlich kennenlernen. Auch hier hat man noch die Info, dass es eine Sternwarte im Bad Kreuznach gibt, wo diese Menschen aktiv sind. Ich will hier noch ganz kurz auf die Vorträge eingehen, was auch immer wieder sehr interessant ist. Und jetzt für mich persönlich, also ich kenne da auch einige Namen, Mimit Ergün, habe ich schon kennengelernt. Frank Sackenheim natürlich, wer sich für Astrofotografie interessiert, kennt seinen YouTube-Kanal, sehr empfehlenswert. Astrofotograf Bernd Pröschold ist auch ein Begriff für mich, ja. Oder auch Dani Herzberg. Da habe ich auch schon viel in Facebook gelesen über ihre mobile Sternwarte, mit der sie unterwegs ist. Also werft mal da einen Blick auf die Seite. Es würde mich freuen, wenn ihr auch hinkommt. Ich werde auf alle Fälle auch da sein. Das ist ein Bild von mir vom letzten Jahr, wo ich auch so ein bisschen was verkaufe. Meine Mondgrade, meine so Wittsteine. Ja, und es würde mich auch freuen, wenn ich euch dort mal persönlich kennenlernen darf. Für die Präsentation des Sternenhimmels verwende ich die kostenlose Software Stellarium. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Software selbst herunterladen und auch benutzen. Es ist wichtig, in Stellarium den richtigen Ort anzugeben, wo der Himmel angezeigt werden soll. Ich verwende 50 Grad nördliche Breite und 10 Grad östliche Länge. Ein Ort, den ich mitten in Deutschland nenne. Ich gehe wie gewöhnlich auf den Sonnenlauf an. Am 1.9. befindet sich die Sonne im Sternbild Löwe und sie weitert dann immer weiter Richtung Jungfrau. Achtet mal hier unten auf den Merkur. Der hat hier am 7. seine untere Konjunktionsstellung. Das bedeutet Sonne, Merkur und Erde bilden eine Linie. Ich blätter hier weiter. Ihr merkt schon, wie Sonne und Merkur, wie sie sich immer weiter voneinander entfernen. Merkur bietet auch eine Abendsichtbarkeit gegen Ende des Monats. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Ich blätter mal weiter. Am 17. betritt die Sonne der Sternbild Jungfrau. Hier sieht man übrigens auch den Kometen C2023P1 Nishimura. Ja, leider ist das sehr nah an der Sonne dran. Ich gehe die Tage weiter. Am 23. da haben wir den astronomischen Herbstanfang. Das wird sich auch bemerkbar machen, da es immer früher dunkel wird. Die Sonne wandert weiter und bleibt den Rest des Monats im Sternbild Jungfrau. Sehen wir uns nun an, ab welcher Uhrzeit man die Sterne beobachten kann im September. Am 1. September geht die Sonne um 20.04 Uhr unter. Die astronomische Dämmerung beginnt um 21.19 Uhr. Da sind die hellsten Sterne und Sternbilder zu erkennen. Richtig schön dunkel, richtig nacht, ist es schon um 22.03 Uhr. Gegen Ende des Monats verschiebt sich das. Da geht die Sonne bereits um 19.01 Uhr unter. Die astronomische Dämmerung haben wir um 20.11 Uhr. Ja, und schon um 20.49 Uhr ist es dunkel. Also schon vor 21 Uhr hat man einen finsteren Himmel zum Sterne beobachten. Auch auf die Mondphasen gehe ich ein. Am 1. September haben wir einen Tag nach Vollmond. Der Mond nimmt dann weiter ab. Am 7. September haben wir abnehmenden Halbmond. Am 15. September haben wir Neumond. Danach nimmt er wieder zu. Am 22. haben wir wieder zunehmenden Halbmond. Und Vollmond haben wir am 29. September. Möchte man lichtschwache Objekte beobachten, denn da empfiehlt es sich so ab dem 9., 8., 9. September bis ca. 20., 21. September, so um dem Neumond rum. Dort stört das Mondlicht nicht. Dann kann man diese Objekte schön beobachten. Ist man ein Freund von Mondbeobachtungen, da ist die Zeit vom 18. bis ca. 28., 29. September interessant. Da steht der Mond am Abendhimmel. Er nimmt dort immer weiter zu. Und an seinem Terminator, an seiner Tag-Nacht-Grenze, lassen sich die Krater besonders gut beobachten. Schauen wir uns nun die Planeten im September an. Ich habe hierzu mal den 26. September eingestellt. Ja, blickt man dort Richtung Süden, da haben wir den Saturn. Saturn hatte ja im letzten Monat seine Oppositionsstellung. Das bedeutet ja, dass Saturn Erde und Sonne eine Linie bildet. Saturn ist der Ringplanet in unserem System. Er hat auch einige Monde. Besonders Titan kann man sehr schön und sehr hell beobachten. Die Ringe des Saturns sind auch schon in kleinen Teleskopen ab 5 cm Öffnung zu erkennen. Die Ringlage des Saturn wird sich immer weiter verschlechtern. Man sieht den Ring immer mehr von der Kante. Deshalb wird es auch schwieriger sein, die kassinische Trennung. Das ist dieser dunkle Bereich bei den Ringen zu sehen. Aber trotzdem ist der Saturn immer wieder ein toller Anblick mit seinen Ringen. Den nächsten Planeten, wo wir am Abendhimmel haben, das ist Jupiter. Ja, am 26. ist er schon vor 22 Uhr aufgegangen. Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem. Schon in einem Fernglas kann man seine vier galiläischen Monde erkennen. Jeden Abend stehen die anders, die bewegen sich. Und es ist immer wieder ein schöner Anblick, diesen Tanz der Monde zu sehen. Und auch in einem kleinen Teleskop bietet der Jupiter eine interessante Beobachtungsmöglichkeit. Seine Wolkenbänder in größeren Teleskopen. So ab 10, 15 cm Durchmesser ist auch der große rote Fleck zu entdecken. Ich wechsle jetzt mal auf den Morgenhimmel. Da stelle ich mal so 6 Uhr ein und blicke Richtung Ostern. Da haben wir die Venus. Und wenn ich den Horizont hier auch mal ausblende, da sehen wir auch, dass der Merkur da ein bisschen über den Horizont schaut. Ich werde hier mal den Merkur markieren. Ich gehe mal ein bisschen näher auf die Horizontlinie ein und blätter mal einige Tage vor und zurück. Und man kann richtig sehen, ja, so morgens um 6 Uhr, wie er im Laufe des Monats da so um den Horizont hier so oben drüber hüpft, will ich jetzt einfach mal sagen. Und die günstigste Beobachtungsmöglichkeit wird hier so um den 22. sein. Er hat dann eine Helligkeit von minus 0,3 Mk. Ich gehe gerade noch mal vor, ob es vielleicht heller wird. Ja, am 26. da hat er eine Helligkeit von 0,7 Mk. Morgens um 6 Uhr hat er eine Höhe von 3,6 Grad. Das ist noch recht niedrig. Ich gehe hier da auch mal ein bisschen in der Zeit vor, um wie viel Uhr der denn 5 Grad hat. So 5 Grad ist immer so eine Grenze bei mir, wo ich sage, ja, okay, da kann man Objekte noch verwischen. Ja, hier am 26. um 6.11 Uhr, da kann man das mal versuchen. Seine größte westliche Elongation hat er am 22. Da will ich gerade auch mal kurz hingehen und mir das anschauen. Da hat er eine Größenklasse von minus 0,3 Mk. und eine Höhe von 6 Grad. Und das auch so kurz nach 6 Uhr gehe ich mal auf 6 Uhr. Wenn der Himmel da noch ein bisschen dunkler ist, da hat er eine Höhe von 5 Grad. Deshalb mit dieser Helligkeit auch zu sehen. Sehr hilfreich ist es auch, wenn man ein Fernglas zur Hand hat, um ihn aufsuchen zu können. Gerade noch ein Blick auf die Venus. Die Venus, die hat am 19. ihren höchsten Glanz. Das bedeutet, sie leuchtet da am hellsten. Sie steht auch recht hoch. Über dem Horizont, da kann man auch schon ein bisschen früher schauen. So um 5.30 Uhr. Ich stelle das hier gerade mal ein. So um 5.30 Uhr. Da hat sie eine Höhe von ca. 11,5 Grad. Die Venus ist ja der Schwesterplanet der Erde. Sie hat ungefähr die gleiche Größe. Und wenn man sie mit einem Teleskop anschaut, dann kann man auch hier so eine Phase erkennen, so ähnlich wie beim Mond, wo man den beleuchteten Teil der Venus sehen kann. Oberflächenstrukturen wird man keine erkennen, weil die Venus ja mit einer dichten Atmosphäre umgeben ist. Am besten kann man die Planeten beobachten, wenn sie entlang der Ägypten hoch am Himmel stehen. So gut, hier bin ich am Morgenhimmel. Und jetzt werde ich als nächstes auf den Kometen eingehen. Zu dem Kometen C2023 P1 Nishinura. Ich habe dazu schon ein separates Video gemacht. Das werde ich mal verlinken. Das könnt ihr euch noch anschauen. Und ich werfe als erstes einen Blick auf die Seite astrofanbuitenen.nl. Ja, da gibt es immer interessante Informationen zu Kometen. Heute, wo ich das Video aufnehme, am 31. August, hat er schon eine Helligkeit von 6,7 Magnituden. Wenn ich das hier in Stellarium vergleiche, so, da unten drauf, ja, da wird da mit einer Größenklasse von 7,9 Mark angezeigt, ja. Also er ist da circa 1 Mark heller. Die Helligkeit wird hier angegeben, ja, zum einen mit Messungen von Astronomen, ja. Visuell, das sind die blauen Punkte oder auch fotometrisch. Das hier sind die schwarzen Punkte. Und man sieht schon anhand dieser grünen Linien, dass er etwas heller werden soll, wie erwartet, ja. Ja, es ist so, er soll eine Helligkeit hier von sogar 2 Mark erreichen. Das ist das Schöne an den Kometen. Endlich mal wieder ein heller Komet. Aber denkst du, er ist so nah an der Sonne, dass er praktisch überstrahlt wird, ja. Jetzt hat man mal wieder einen hellen Komet, ja. Und dann ist die Winkelposition zur Sonne so ungünstig, dass er da nicht beobachtbar sein wird. Aber gucken wir mal an, welche Chancen wir denn haben, ihn zu sehen. Da wechsle ich wieder auf Stellarium. Ich gehe hier mal so auf den 9.10., ja. Und schaue mir an, was er für eine Höhe hat. So, da haben wir eine Höhe von ca. 7,5 Grad, ja. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ja. Wenn man um 5.30 Uhr Richtung Osten, Nordosten schaut, dann hat er eine Größenklasse von 5,4. Wir haben ja gerade eben gesehen, dass die Beobachtungen und Messungen gezeigt haben, dass es ungefähr eine Größenklasse niedriger ist, wie hier ins Stellarium angegeben. Also er kann dort schon eine Helligkeit von 4 Mark erreichen. Und das bei einer Höhe von 7 Grad und um 5.30 Uhr. Da sind wir auch noch in der astronomischen Dämmerung drin. Die endet dort gerade. Gehe ich da mal eine Viertelstunde weiter. Wir sind jetzt in der nautischen Dämmerung. Dann wird es schon schwierig, ja. Aber ich denke wirklich so um den 10., wenn man dort sein Glück versucht, dann kann er durchaus mit dem bloßen Auge zu erkennen sein. Auf jeden Fall empfehle ich als Aufsuchhilfe, ein Fernglas zu verwenden. Ansonsten, ich belenne hier gerade mal die Sternbilder ein, ja. Da ist er hier beim Löwe. Hier haben wir Regenlust, da wird zu tief sein. Ja, wenn man von der Venusaur Richtung Nordosten ein bisschen schräg nach unten geht, am 10., da sollte man sein Glück versuchen. Natürlich, man braucht für die Beobachtung eine freie Nordostsicht, ja. Es dürfen keine Bäume, Gebäude oder sonstige Hindernisse im Weg sein. Man braucht eine klare Luft, wenn dort so Schleierwolken sind oder so, wird man auch schlechte Karten haben. Und wie es so mit Kometen eben ist, man weiß nie, wie sich die Helligkeit genau entwickeln wird. Und ich denke, mit Fernglas und fotografisch wird es ein sehr schönes Objekt werden. Visuell, wenn man freie Sicht hat, am 10. morgens 5.30 Uhr mal Richtung Nordosten schauen. Und die Chancen stehen gut, dass man dort einen schönen Anblick hat. So, weiter geht es mit dem Sternenhimmel im September, ja. Der Bärenhüter mit Arcturus neigt sich dem Westhorizont am Untergehen zu. Ihr wisst ja, ich fange immer im Westen an. Dort, wo die Sonne untergegangen ist, nördliche Krone, gefolgt vom Herkules, neigt sich auch immer näher dem Horizont zu. Wir haben dann das Sternbild Schlange und Schlangenträger. Hier in der Ekliptik haben wir den Schützen. Und ich blende gerade mal die Atmosphäre aus, dass man hier die Milchstraße besser sieht, ja. Die Milchstraße ist auch noch schön zu sehen. In dieser Region bin ich in den letzten Videos drauf eingegangen. Diesmal werde ich mich weiter Richtung Süd-Süd-Osten wenden, ja. Aber gehen wir erstmal der Ekliptik entlang, nach Schütze, haben wir Steinburg, dann den Wassermann, wo der Saturn drin ist, gefolgt von Fische und wieder. Unterhalb der Ekliptik wird es schon schwer, das Sternbildmikroskop oder südlicher Fisch zu erkennen. Hierzu verwende ich übrigens, ja, sowas ähnliches wie ein Opernglas, ein Milchstraßenfernglas. Gehen wir nun über die Ekliptik, ja, da haben wir das Sternbild Adler. Noch weiter höher haben wir Schwan und Leier. Das bildet ja das Sommerdreieck. Ich blende es hier gerade mal ein. Das Sommerdreieck bildet sich aus den Sternen Dänem, Vega und Altaïr. Links daneben, da haben wir schon den Pegasus, das geflügelte Pferd, ja. Und hier dieses Viereck wird auch das Herbstviereck genannt. Im Anschluss haben wir das Sternbild Andromeda und Perseus. Und diesmal fange ich doch hier unten mal beim Steinburg und Wassermann an. Da gibt es nämlich ein Objekt, das immer höher steigt, recht niedrig ist, ja, aber immer höher steigt. Und zwar ist das der Helixnebel, ja, wenn man ihn sieht. Und einige kennen ihn auch unter der Bezeichnung das Auge Gottes. Es handelt sich hierbei um einen planetarischen Nebel, der ca. 650 Lichtjahre entfernt ist und ein Alter von ca. 10.600 Jahren hat. Bei diesen planetarischen Nebeln handelt es sich um ehemalig massereiche Sterne, die ihre äußere Hülle abgeworfen haben. Und ihr wisst ja, ich fotografiere ja auch immer hier ein bisschen selber. Da will ich auch ein Bild zeigen von dem Helixnebel. Das habe ich mit dem Dwarf II aufgenommen. Das Dwarf II ist ein Smart Teleskop mit nur 24 mm Öffnung. Und trotzdem kann man hier bei einer Belichtungszeit von 30 Minuten schon erkennen, ja, die roten Bereiche. Das ist der Wasserstoff und die grünen Bereiche, das ist der Sauerstoff. Dann gehen wir zum nächsten Objekt. Das ist ein Sternhaufen, wo wir hier haben, und zwar M30, der sogenannte Quallenhaufen. Ja, auch wenn er recht tief hier am Horizont ist, man geht einfach hier vom Steinbock, von diesem Stern zum nächsthelleren und dort befindet er sich auch. Hier, da kann man ihn erkennen, auch den habe ich aufgenommen, wie wir hier sehen können. Nur 1,25 Minuten Belichtungszeit und der Dwarf ist auch hier in der Lage schon einzelne Sterne aufzulösen. M30 ist ca. 27.000 Lichtjahre entfernt. Jetzt gehen wir mal weiter hoch zum Pegasus. Ja, da haben wir auch einen wunderschönen Kugelsternhaufen M15, den Pegasushaufen. Der befindet sich hier mit einer Entfernung von ca. 32.600 Lichtjahre. Man geht also hier vom Kopf des Pegasus einfach in diese Richtung weiter, wenn man da mit dem Teleskop entlang fährt. Da stößt man auch auf diesem Kugelhaufen. Auch den habe ich aufgenommen. Das Bild möchte ich euch zeigen. Und zwar ist es hier. Ja, die Einzelbelichtungen habe ich auf 4 Sekunden reduziert, sodass die Farben der Sterne besser erhalten bleiben. Ja, man sieht hier also rote Sterne und blaue Sterne. Und man kann auch hier die einzelnen Sterne, wo aufgelöst sind mit dem Dwarf, ja, kann man hier farblich erkennen. Dann gehe ich doch mal weiter in diese Region hinein. Ja, wir haben hier das Sternbild Delfin. Es hat keine besonders hellen Sterne, ist aber trotzdem recht auffällig, wenn man es einmal mit dem Auge gesehen hat. Weiter geht es hier zum Pfeil. Beim Pfeil, da gibt es rechts daneben, ja, den Asterismus des Kleiderbügelhaufens. Das bedeutet, ja, diese Sterne sehen irgendwie aus, so wie ein Kleiderbügel. Ja, hier hat man die Stange und da hat man den Haken. Die Sterne sind jetzt kein Sternhaufen, die gravitativ miteinander verbunden sind. Es sind Sterne mit verschiedenen Entfernungen, die zufällig in dieser Anordnung stehen. Klar, wenn man beim Pfeil ist, dann schaue ich mir auch immer wieder gern M27 an, den Handelnebel. Auch den konnte ich mit dem Dwarf fotografieren. Das letzte Mal habe ich schon gezeigt, diesmal dieses Bild, da habe ich mir zwei Stunden Belichtungszeit genommen. 560 Bilder mal 13 Sekunden, dazu noch ein Dual-Bandfilter, ja, und auch hier erkennt man hier diese rote Gebiete. Das sind die Wasserstoffgebiete und hier im Grünen der ionisierte Sauerstoff, wo man erkennen kann. Und man erkennt hier auch so ein bisschen weitere Details im Inneren des planetaren Nebels M27, der ca. 1300 Lichtjahre von uns entfernt ist, ja. Der Stern hat vor ca. 10.000 Jahren seine Hülle abgeworfen. Gut, was haben wir hier als nächstes? Gehen wir mal hier zum Sternbild Füchslein und dann habe ich da den Sichelnebel visuell erst ein einziges Mal gesehen. Na, hier oben ist er. So, ich gehe mal hier rein mit meinen 12 Zoll Dopsen, ja, und UHC-Filter, da konnte ich diese Sichelform erkennen. Auch hier möchte ich noch ein Bild zeigen, was ich hier aufgenommen habe, ja. Und auch hier, diesmal habe ich mir eine Stunde Zeit genommen, das zu belichten. Und wenn ich hier rein zoome, dann erkennt man hier auch schon diese wolkenartigen Strukturen. Ja, und ich bin immer wieder fasziniert, was man mit dieser 24 mm Öffnung alles erreichen kann. Der Sichelnebel NGC 6888 ist ca. 5000 Lichtjahre von uns entfernt. Gehen wir weiter. Hier haben wir noch den Nordamerikanebel, ja. Ein recht heller Nebel, aber durch seine Ausdehnung ist er trotzdem nicht so leicht zu entdecken. Also mit dem Fernglas habe ich ihn jetzt kürzlich beobachten können. Das hat allerdings auch den Hintergrund, dass man da wirklich Übung braucht. Zum einen braucht man, ja, das Wissen, wie sieht das Objekt aus. Und wenn man das schon weiß, wenn man das im Kopf hat, ja, dann fällt es einem viel leichter, die Objekte am Himmel selbst auch zu sehen. Gut, wir sind im Schwan. Natürlich der Sirusnebel, wo wir hier haben, das sind Überreste einer Supernova-Explosion. Die Explosion fand vor ca. 8000 Jahren statt, ja, und sie hat eine Entfernung von ca. 1500 Lichtjahren. Da möchte ich hier auch zwei Aufnahmen zeigen. Zum einen von 52 SIG, dieser Bereich, wo ich fotografiert habe. Auch hier habe ich mir diesmal mehr Zeit gelassen. Das ist eine Belichtung von einer Stunde. 250 Einzelaufnahmen habe ich gemacht, a 30 Sekunden, auch wieder mit dem Dualbandfinder. Und auch hier kann man sehr schön die roten Wasserstoffgebiete erkennen. Auch hier sieht man da Filamente vom Sirusnebel und die grünen Sauerstoffbereiche. Ich gehe hier gerade ein Bild weiter, hier haben wir NGC 6992 und 6995, ja, da sieht man hier, das ist der östliche Schleiernebel, wie er sich hier beugt und hier so Krallen hat. Und auch hier sieht man wieder wunderbar die Farben, die roten und grünen Farben. Dann gehe ich mal weiter zurück. Was haben wir denn noch hier am Süden, wenn man hoch an den Zenit schaut? Ja, hier, da möchte ich auch noch auf den Ringnebel in der Leier eingehen. Ein kleines Ohr, das man zwischen diesen beiden Sternen finden kann. So, auch das habe ich fotografiert. So, diesmal habe ich mir für das Foto 500 Aufnahmen vorgenommen mit einer Belichtungszeit von insgesamt 20 Minuten. Ich habe es ja kurz belichtet, weil der Ringnebel doch relativ hell ist. Und wenn ich hier reinzoome, ja, dann erkennt man auch wieder diese roten und grünen Bereiche in der Mitte. Was auch interessant ist, das ist mal der Vergleich. Also, wenn ich mir den Ringnebel 57 hier mal ausmesse, na, komm, so, was hat er ungefähr? Ja, eine Bogenminute und circa 18 Bogensekunden. Und jetzt gehe ich nochmal auf den Helixnebel. So, wieder da unten, dort beim Wassermann, hier unten war er. Und jetzt messe ich diesen mal aus. So, ich fange mal hier an, ja. Und da sieht man schon, der hat 15 Bogenminuten und 27 Bogensekunden. Ja, er ist also fast 10 Mal größer wie der Ringnebel in der Leier. Auch interessant. So, dann haben wir den Bereich, ja, der hier im Süden sich bis zum Zenit erstreckt. Gehen wir weiter Richtung Osten. Pegasus ist ja aufgegangen, Andromeda kann man schön am Himmel sehen, Perseus und das Dreieck. Hier bei Andromeda natürlich ganz prominent, die Andromeda-Galaxie. Auch die lässt sich wunderbar mit dem Dwarf aufnehmen. Das ist hier mein Foto. Zweieinhalb Stunden Belichtungszeit, ja. Und auch auf dem Bild kann man schon hier diese dunklen Strukturen erkennen. Diesen Staub in der Galaxienscheibe. Auch hier sind sie zu sehen. Man sieht auch die kleine Begleit-Galaxie und hier oben auch M110. Ganz in der Nähe hier im Sternbild-Dreieck, da haben wir die Dreiecks-Galaxie. Ja, beides ist recht einfach zu finden. Ja, geht man hier vom Mirage diese drei Sterne hoch, dann kann man die Andromeda-Galaxie bei günstigen Bedingungen, also klarer Himmel, kein Mond, keine störenden Lichter von der Stadt, da kann man die schon mit bloßem Auge erkennen, ja. Hier unten, wenn man vom Mirage diese Strecke nach unten geht, dann kommen wir auf die Dreiecks-Galaxie, ja. Hat eine recht hohe Flächenhelligkeit, ja, aber visuell, mit bloßem Auge konnte ich sie noch nicht sehen. Mit dem Teleskop ist sie recht einfach zu finden. Auch diese habe ich hier fotografiert. Geh mal hier eins weiter. Eine Stunde Belichtungszeit und man sieht hier auch schon wunderbar die Spiralstruktur von der Dreiecks-Galaxie. So, gehen wir mal am Himmel weiter entlang. Hier zwischen Perseus und Cassiopeia ein sehr schönes Objekt für Fernglas und Teleskop. Das ist der Doppelsternhaufen H. und G. Perseus. Das sind zwei offene Sternhaufen und wenn man die im Teleskop ansieht, dann sieht es so aus, wie als ob das so, ja, wie so kleine Diamanten, also so richtig glitzernd. Auch das habe ich fotografiert. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Hier, da bin ich auf 4 Sekunden Belichtungszeit mal 100. Da hätte ich auch weiter runtergehen können. Also hier hätten 50 Bilder, 30 Bilder vollkommen gelangt. Und was ihr hier bei dieser Aufnahme auch seht, das sind hier diese Spikes, diese Striche, die habe ich bei meinem Dwarf so hinbekommen. Und zwar mit einer Maske, so ein kleines Kreuz, das ich vor das Objektiv montiert habe, ja. Und dann bildet sich, wie bei einem Newton-Teleskop, bilden sich dann eben diese Spikes, diese Sternstrahlen, sage ich jetzt mal. Und es sieht einfach hübscher aus. Und man sieht schon beim Dwarf, wenn man hier so mit der Belichtungszeit runter geht, hier die 4 Sekunden, dann bleiben auch die Farben von den Sternen erhalten. Wie hier zum Beispiel, ja, da wo wir blaue Sterne haben, beziehungsweise da, wo wir rote Sterne haben. Auch ein toller Anblick. So, von Perseus und Cassiopeia gehen wir mal weiter Richtung Norden. Da haben wir hier das unscheinbare Sternbild Giraffe. Darüber haben wir Kifreus. Bei Kifreus, da verweise ich immer wieder auf den Granatstern. Das ist der Stern, wo ja am rotesten erscheint. Das hängt zum einen mit seiner Spektalklasse zusammen, aber auch diesen Staub, den er durchquere. Und das Licht, wo diesen Staubbereich durchqueren muss, wo die rote Farbe nochmal intensiviert wird. Links davon haben wir den Polarstern. Beim Polarstern, da scheinen sich alle anderen Sterne um ihn herum zu drehen. Das ist natürlich nicht so. Die Erde dreht sich unter dem Sternenhimmel hinweg. Ja, und der Himmelsnordpol zeigt in Richtung Polarstern. Den findet man hier, wenn man den großen Bären nimmt. Ja, wenn man da den Asterismus des großen Wagen nimmt. Ja, das sind die Sterne, die den großen Wagen habt ihr bestimmt gesehen. Und dann den Abstand der hinteren beiden Kastensterne um das Fünffache verlängert, kommt hier auf den Polarstern. Überhalb des Polarsterns haben wir den Drache. Hier ist noch der Katzenaugennebel zu erwähnen, der sich in diesem Bereich befindet. Das ist auch ein planetarischer Nebel. Ich suche ihn immer so auf. Mit dem Fernglas blicke ich in diese Richtung. Und dann suche ich hier diese vier Sterne. Die sind ein bisschen heller wie alle anderen. Und wenn ich mir hier ein Kreuz zwischendurch denke, dann ist er genau hier in der Mitte. Und da haben wir ihn auch. Ich habe ihn probiert, mir ein Draw aufzufotografieren. Aber ich habe diese Katzenaugenform nicht erkennen können. Ich habe zwar wohl einen grünlichen Stern gesehen. Moment, es ist planetarer Nebel. Es gibt ja keine grünen Sterne. Also ein grünes Fleckchen habe ich gesehen. Das ist jetzt aber nichts, wo ich sage, da werde ich jetzt stundenlang belichten. Das wird bei den 24 mm Öffnungen da kein Erfolg haben. Gut, und damit bin ich schon wieder im Westen angelangt. Dort, wo meine Sternführung begonnen hat. Speziell diesen September. Da drücke ich euch die Daumen, dass ihr den Kometen visuell sehen könnt. Und ansonsten bietet der Nachthimmel ja jede Menge interessante Objekte. Es würde mich freuen, wenn ich euch bei der Astronomiebörse in Kreuznach treffen würde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, über den Daumen hoch freue ich mich. Nochmal freue ich mich über einen Kommentar. Und am liebsten freue ich mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann wäre er noch bekannter. Ich habe ja die 900 Abonnenten-Grenze überschritten. Es geht langsam auf die 1000 zu. Und das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich das schaffe. Also ich wünsche euch allzeit clear skies. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.